Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer, geheimnisvolle Geschichte und ihr seht es schon, heute endlich mal wieder ohne Gast. Es ist längst überfällig, dass ich euch mal wieder eine Sendung nur mit mir allein präsentiere. Das letzte halbe Jahr gab es ja fast ausschließlich Sendungen mit Gästen und so gern ich mich auch mit interessanten Leuten und über interessante Themen unterhalte, so gern mache ich aber auch Sendungen ganz allein, um euch mal ein Thema zu 100 Prozent aus meiner Sichtweise zu präsentieren. Ja, der Grund warum es jetzt so lange keine Sendung mit mir Solo gab, ist einfach der, dass ich das letzte halbe Jahr über wirklich noch so einige andere Projekte am Laufen hatte, parallel zu meinem YouTube-Kanal. Unter anderem habe ich ein Buch geschrieben, was bald erscheinen wird. Dazu wird es dann auch noch eine eigene Sendung geben, wo ich hoffe, dass viele von euch das lesen werden, am besten ja alle. Aber auch noch so ein paar andere Sachen, die viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und da ist es dann für mich häufig etwas leichter oder zeitsparender, wenn ich mir Gäste einlade. So, das Buch ist jetzt aber fertig und ich habe die Zeit und die Ruhe, um mal wieder Themen detailliert vorzubereiten und euch zu präsentieren. Und ich habe mir gedacht, heute, als Wiedereinstieg in die Solosendung, präsentiere ich euch etwas ganz Besonderes, sozusagen ein Leckerbissen, ein Thema, was ich auch schon mal in der Vergangenheit angekündigt habe, nämlich damals, als ich die Filminterpretation zur Truman Show gedreht habe. Und deshalb wird es auch heute um einen Film gehen und zwar um den Film Ice White Shut von Stanley Kubrick. Mit diesem Film habe ich mir auch wirklich etwas vorgenommen. Es ist ein Thema, was ich jetzt schon wirklich lange vorbereite, an dem ich immer mal wieder arbeite und es so ein bisschen aufgeschoben habe, aus dem Grund, dass ich eine Menge Respekt vor diesem Thema habe. Denn Ice White Shut ist nicht nur eines der größten Meisterwerke Hollywoods, wenn man so will, oder der Filmgeschichte, könnte man auch sagen, sondern es ist auch der mit Abstand am schwierigsten zu interpretierende Film, der je gedreht wurde. Das ist jetzt eine steile Behauptung, aber die stelle ich einfach mal so auf. Ich beschäftige mich viel mit Film und dem Interpretieren von Film und dem Herausfiltern okkulter Inhalte. Und ich muss sagen, so schwierig und verschachtelt wie dieser Film ist wirklich kein anderer Film, der mir bekannt ist. Es ist der letzte Film, den Stanley Kubrick gedreht hat. Er ist kurz nach der Veröffentlichung oder kurz vor der Veröffentlichung dieses Films, als die Postproduktion beendet war, verstorben. Der Film erschien 1999 interessanterweise im selben Jahr wie auch Matrix oder die Truman Show. Also kurz vor der Jahrtausendwende scheint so ein Jahr gewesen zu sein oder die Jahre kurz davor, wo so einige sehr okkulte Filme mit einer ihrer Zeit eigentlich schon vorausgehenden Botschaft erschienen sind. Und in diese Reihe gehört auch eindeutig Eyes Wide Shut. Jetzt ist es aber so, dass Stanley Kubrick selber sich vehement dagegen gewehrt hat, dass man seine Filme auf eine Art und Weise interpretiert, wie ich das heute vorhabe. Das heißt, dass man sich einzelne Szenen anguckt, einzelne Symbole, Dialoge und diese dann interpretiert oder versucht mit anderen Bereichen in Zusammenhang zu bringen. Kubrick hat immer die Ansicht vertreten, dass seine Filme Gesamtkunstwerke sind, dass sie als in ihrer Gesamtheit praktisch holistisch auf den Menschen wirken, auf das Unterbewusstsein und sich so gar nicht interpretieren lassen, mit dieser Ratio, mit dieser Analytik. Und man kann sich das auch vorstellen, ein bisschen so, als würde man ein Tier sezieren. Wenn wir jetzt, wie ja, so wie das manchmal im Film gezeigt wird, im Biologieunterricht den Frosch sezieren, dann können wir zwar genau gucken, woraus der besteht, aber wir haben ihn getötet. Das ist nicht mehr der lebendige Frosch. Man könnte auch sagen, das Ganze ist mehr als nur die Summe der Teile, aus dem es besteht. Und so ist es auch bei diesem Film. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist die Analyse, die ich heute durchführen werde, zu einem gewissen Prozentsatz falsch oder auch sinnlos. Das muss man wissen. Es handelt sich um ein Kunstwerk und die eigentliche Wirkung entfaltet dieses Kunstwerk nur, wenn man es in der Gesamtheit auf sich wirken lässt. Nichtsdestotrotz, mit der nötigen Demut sozusagen im Hinterkopf, was wir heute vorhaben, wollen wir jetzt aber trotzdem diesen Film analysieren oder zumindest Elemente des Films, weil es trotzdem unheimlich viel hergibt und vielleicht dann ja auch eine Hilfe ist für den Zuschauer, für euch liebe Freunde, wenn ihr euch den dann noch mal anschaut, ihn besser zu verstehen in seiner Gesamtheit. Man könnte über Eyes Wide Shut wahrscheinlich eine ganze Filmreihe drehen. Da ist so viel drin, der ist unheimlich dicht, dieser Film. Insofern wird es heute Abstriche geben müssen. Ich kann nicht jede einzelne Szene dieses Films besprechen. Ich habe mir aber viel vorgenommen. Ich habe unheimlich viel herausgesucht, herausgefunden. Ich habe mir diesen Film jetzt mehrmals angeguckt mit der Stopp-Taste, teilweise nicht Bild für Bild, aber wirklich Szene für Szene. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil Kubrick ein absoluter Perfektionist war. Man muss schon sagen, dass er wahrscheinlich so Tendenzen in Richtung Zwangsstörung hatte. Der hat seine Filme über Jahre, teilweise wirklich über viele Jahre, detailliert geplant. Szene für Szene, Bild für Bild. Der hat die Charaktere ausgearbeitet und er hat auch während der Dreharbeiten wirklich seine Schauspieler, man muss es schon fast so sagen, psychisch gefoltert. Es gibt zum Beispiel bei Eyes Wide Shut eine Szene, die würde man so als Normalbetrachter relativ unwichtig finden, wo dann Tom Cruise, ich glaube, so ein Hausflur betritt und durch eine Tür geht und irgendwie drei, vier Meter dann zur nächsten Tür. Und Kubrick hat ihm diese Szene mehr als 90 Mal drehen lassen. Und das hat er auch ganz bewusst so gemacht, weil er wollte in einem gewissen Sinne seine Schauspieler brechen. Die sollten einige Szenen so oft drehen, dass sie wirklich am Ende vergessen, dass sie noch an einem Set sind oder dass sie überhaupt, was sie da überhaupt tun. Ja, darüber kann man denken, was man will. Die einen finden das vielleicht überzogen, andere finden diese Arbeitsweise genial. Tatsache ist aber, was am Ende dabei rauskam, bei all dem Perfektionismus, den Kubrick an den Tag gelegt hat, ist ein Meisterwerk. Und bevor ich jetzt länger hier noch um den heißen Brei herumrede, wollen wir doch jetzt auch mal direkt einsteigen in diesen Film und uns mal so die ersten Szenen angucken und interpretieren. Die erste Szene, die wir in Eyes Wide Shut zu sehen bekommen, ist diese. Das ist eine ganz kurze Einblendung. Am Anfang des Films werden eigentlich noch die Namen der Schauspieler gezeigt werden und der Filmtitel. Und es zeigt eine der Hauptdarstellerin Nicole Kidman in der Rolle als Alice Harford ganz kurz, wie sie so ein schwarzes Kleid ausziehen lässt und dann so ein bisschen erotisch drapiert dasteht. Und wenn man den Film schaut, dann dauert diese Szene nur ein paar Sekunden und man kann sie eigentlich ganz schnell übersehen, wenn man so will, in ihrer in ihrer ganzen Symbolik. Das Interessante, was Kubrick hier gemacht hat, ist, dass er sie zwischen zwei Säulen drapiert hat. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Säulen Jakin und Boas der Freimaurerei oder auch, wenn man so will, überhaupt der abendländischen Esoterik. Die gehen ja auf die Bibel zurück. Das sind die Säulen, die vor dem Salomonischen Tempel stehen. Und sie steht zwischen diesen Säulen als ein drittes Element. Es erinnert entfernt an die Tarotkarte die Hohepriesterin aus dem Rider-Waite-Tarot. Nur ist natürlich die Hohepriesterin bekleidet und dem Betrachter zugewandt, aber so von der Bildkomposition spielt das hier mit rein. Was auch beachtlich ist, links von ihr befindet sich ein Spiegel und ihr gegenüber dieses Fenster mit diesen nicht wirklich geschlossenen Jalousien. Das heißt zum einen, man kann sie theoretisch, es ist ja dunkel draußen, drin ist das Licht an, man kann sie von draußen beobachten. Sie ist also nicht wirklich in ihrer Nacktheit jetzt vor den Blicken Außenstehender geschützt. Es spielt so einen Moment des Voyeurismus mit rein und der Spiegel zu ihrer Linken ist auch schon eine Andeutung auf etwas, worum es ganz viel in diesem Film gehen wird, nämlich um so eine Art gespiegelte Realität. Der Film arbeitet ganz viel, man könnte sagen mit Doppelhandlung, mit Spiegelung von Handlung und Ereignissen und der Auflösung der Grenze zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, zwischen dem Realen und dem Gedachten und das ist sehr, sehr interessant. Das ist alles hier schon in dieser kleinen Bildkomposition angedeutet, auch in der Ecke die beiden Tennisschläger, die dort stehen, deuten, auf ein spielerisches Element hin. Es geht auch um etwas Verspieltes in diesem Film und viel um Erotik. In der nächsten Szene, die dann gezeigt wird, da lernen wir dann ihren Ehemann kennen, Bill Harford, gespielt von Tom Cruise und das ist jetzt auch ganz interessant. Es ist wieder so ein Moment, dass man beim Betrachten übersehen könnte. Er sucht seine Brieftasche. Er ist jetzt so in der Wohnung und guckt an verschiedenen Stellen nach dieser Brieftasche und dann fragt er sie, Schatz, weißt du, wo meine Brieftasche liegt? Und sie sagt dann so sinngemäß ist ja, die liegt auf dem Nachtschrank und hier findet er sie dann auch auf dem Nachtschrank. Und das ist insofern interessant. Sein Name in diesem Film ist ja Bill sein Vorname. Bill Harford. Und Bill ist eine Anspielung auf Dollar Bill, also auf die Geldnote. Der Film hat auch eine Ebene, wo eine Sozialkritik dasteht, wo es um Geld geht, um Macht, die durch Geld erzeugt wird. Und was viele auch nicht wissen, der Nachname, den er hat, Harford, das hat sich Kubrick ausgedacht, ist eine Anspielung auf Harrison Ford. Harrison Ford, Harford. Und warum hat Kubrick das gemacht? Sein Protagonist soll praktisch indirekt an Harrison Ford erinnern. Und das liegt daran, dass Kubrick der Meinung war, Harrison Ford würde so etwas wie den perfekten, weißen, erfolgreichen Amerikaner verkörpern. Und dann halt noch mit diesem Vornamen Bill für die Geldnote zeigt es, dass diese Figur sowas ist, ja, jemand, der in dieser amerikanischen kapitalistischen Gesellschaft zu den Gewinnern gehört. Nicht unbedingt zu denen, die ganz oben sind, aber es ist so ein Bildungsbürgertum. Er arbeitet als Arzt in eigener Praxis, hat verschiedene Klienten, Privatpatienten, die sehr vermögend sind. Er ist definitiv jemand, der gut funktioniert. Der gut funktioniert über Geld. Das ist durch diesen Namen schon angedeutet. Und deshalb ist es sehr symbolisch, dass jetzt ausgerechnet dieser Bill Harford seine Brieftasche sucht und sie nicht findet, also sein Geld. Das, worum es in vielerlei Hinsicht bei ihm geht. Seine Frau weiß aber, wo die liegt. Ihr Name ist ja, ihr Vornamen ist Alice. Das, was anspielt auf Alice im Wunderland. Und im vorherigen Bild hatten wir sie auch zwischen den beiden Säulen gesehen, Anlehnung an die Hohepriesterin. Sie ist die Wissende. In vielen Szenen in diesem Film ist sie diejenige, die ein gewisses verborgenes oder geheimes Wissen hat. In diesem Fall ist sie diejenige, die weiß, wo die Brieftasche liegt. Es gibt auch so eine andere Szene dann später im Film, wo er eine Prostituierte besucht und diese küsst. Und in dem Moment, wo die beiden sich näher kommen würden, ruft jetzt seine Frau Alice an, als würde sie wissen, dass er eigentlich kurz davor steht, sie zu betrügen und als würde sie intervenieren. Und das sind so Sachen, die Kubik in diesem Film, in diesen fast schon banalen Alltagsszenen so mit einarbeitet. Und die sind aber ganz wichtig, um den Film in seiner Gesamtheit zu verstehen. Hier so eine andere Sache. Die beiden sind, damit beginnt der Film auf einen Ball eingeladen und machen sich jetzt in ihrer Wohnung auf den Weg dorthin. Und man sieht, überall im Hintergrund sind so Gemälde. Auch hier diese Komposition rechts im Bild, dieses rote Bild mit denen, ich glaube, es sind Äpfel auf einer Schale, so ein bisschen abstrakt. Und dann davor die rote Pflanze. Wenn ich mich nicht irre, es ist ein Weihnachtsstern. Sehr interessant, wie Kubik immer mit Farben arbeitet. Er hat den Film auch komplett ohne künstliche Beleuchtung gedreht. Das heißt, alle Lichter, die man im Film sieht, sind praktisch Lichter, Lampen aus der Szenerie. Und um dann trotzdem gute Lichtverhältnisse herstellen zu können, hat er ihn sehr grobkörnig gedreht. Also da war sehr eigenwillig und perfektionistisch, wie ich auch schon erwähnt habe, was man dann aber trotzdem an so einer ganz speziellen Atmosphäre, die diese ganzen Szenen haben, wiedergespiegelt sieht. Und im weiteren Verlauf dieses Films gibt es eigentlich kaum eine Kulisse, die nicht überladen ist mit irgendwelchen Gemälden und Bildern. Und man muss wissen, Kubik hat in seinen Filmen und speziell auch in diesem Film wirklich nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, wenn man sich so ein Standbild anschaut, kann man davon ausgehen, dass er angefangen von dem Stuhl, der in der Ecke steht, über die Auswahl der Bilder, der Pflanze im Vordergrund, wie die drapiert ist, der Kleidung der Protagonisten, alles bis ins letzte Detail geplant hat. Aus diesem Grund ist es bei diesem Film wichtig, dass man sich wirklich so einzelne Standbilder mal in Ruhe zur Gemüte führt, die im Film ja schnell vorbeilaufen. Das ist eine Szene, die nur einige Sekunden dauert. Bevor wir uns jetzt weitere Szenen detailliert anschauen, möchte ich euch doch noch mal ein bisschen was zu der Handlung dieses Films im Gesamten erklären. Vorweg wäre vielleicht schon mal erwähnt, es handelt sich letztendlich um eine Literaturverfilmung. Zurück geht die Handlung auf das Buch Die Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Ich zeige es mal, hier ist ein kleines Büchlein, das hat Arthur Schnitzler 1925 geschrieben, die Traumnovelle, und die spielt allerdings in Wien und zwar in einem jüdisch-bürgerlichen Milieu. Kubrick lässt jetzt aber bei Ice White Shut diese Handlung in New York spielen und es gibt auch keine direkt als jüdisch auftretenden Figuren. Wobei es noch einen später gibt, die Figur Victor, Victor Chrysler, da ist ein bisschen vielleicht angedeutet, dass das der Jude sein könnte, aber das tritt auf jeden Fall in den Hintergrund. Manche Filmkritiker nennen Ice White Shut auch einen jüdischen Film, weil sie der Meinung sind, dass er halt diese Thematik des jüdischen Bürgertums, die in der Traumnovelle eine Rolle spielt, andeutungsweise zumindest widerspiegelt. Darüber könnte man streiten und diskutieren. Interessant ist, dass er in einigen Bereichen sich sehr eng an diese Vorlage der Traumnovelle gehalten hat, in anderen Bereichen aber davon abweicht. Ein großer Unterschied zum Beispiel ist der, Ice White Shut spielt zu Weihnachten, während die Traumnovelle zur Karnevalszeit spielt. Das ist auch interessant, weil sowohl Weihnachten als auch Karneval sind natürlich auch im Jahreskreis okkulte Feste, initiatorische Feste und Feste, die eine gewisse Bedeutung haben. Und wenn man jetzt vom Karneval auf Weihnachten umschwenkt, dann erscheint das so für den nicht eingeweihten Betrachter relativ belanglos, hat aber schon eine gewisse Bedeutung. Es ist schon eine Verschiebung. Es macht einen Unterschied, ob so etwas zur Weihnachtszeit oder zur Karnevalszeit spielt. Nur mal so am Rande erwähnt. In der Handlung geht es halt wie gesagt um dieses Ehepaar Bill und Alice Harford. Die beiden besuchen einen Ball von einem reichen Patienten von Bill, diesem besagten Victor Chrysler, der dann auch später noch eine Rolle spielt. Und auf diesem Ball, ja da sind die ziemlich am flirten. Nicht miteinander, sondern mit anderen Gästen. Und es spielt schon so durch, dass da immer so eine erotische Spannung zu spüren ist und dass beide scheinbar Fremdgehfantasien haben. Diese nicht ausleben, aber es ist so dieses Spannungsfeld der Ehe zwischen Treue und Versuchung. Und das zeigt auch schon so diese Herkunft der Geschichte eben aus dieser Traumnovelle von 1925 in diesem Wiener jüdischen Bürgertum. Denn in der Traumnovelle hat Schnitzer ganz bewusst eigentlich Gedanken der Psychoanalyse aufgegriffen. Das ist eine Novelle oder eine Erzählung, die ganz stark an das Wiener psychoanalytische Milieu auch anspielt, wo es ja um verdrängte oder auch nur verbotene Gelüste geht, um Sexualfantasien, aber dann auch um die engen Konventionen der bürgerlichen Ehe. Gerade in dieser Zeit, wo das viktorianische Zeitalter noch so nachklang. Und das spielt auch in den Film Ice-White-Shut rein. Diese psychoanalytische Ebene. Sehr subtil bei Kubrick. Man merkt es aber auch daran, dass in der Handlung wie gesagt immer wieder das Traumhafte, das Unterbewusste und das Wirkliche miteinander verschwimmen. Auch das ist ja wie gesagt auch wieder merkbar, weil Kubrick da mehrere Ebenen auftut an diesen Namen Harford, der wie gesagt an Harrison Ford erinnert. Also er hat den Hollywood-Star Tom Cruise, der eine Figur spielt, der einen Namen an einen anderen Hollywood-Star anspielt. Er hätte die Figur auch genau genommen Herr Cruise nennen können, denn auch Tom Cruise verkörpert ähnlich wie Harrison Ford diesen erfolgreichen amerikanischen weißen Mann mittleren Alters, so vom Typus irgendwo her. Später spielt das auch nochmal rein. Da geht es dann um eine Szene, eine Fantasie, wo ihn seine Frau in der Fantasie mit einem Marineoffizier betrügt. Das werde ich auch noch zeigen. Und Tom Cruise ist ja bekanntermaßen Mitglied bei Scientology, nimmt dort ja auch eine führende Rolle ein. Und L. Ron Hubbard, der Gründer dieser Sekte, war auch Marineoffizier und ist zur See gefahren. Und jetzt lässt Kubrick ausgerechnet die Frau in dem Film ihn mit dem, auch mit so einem Typus Marineoffizier betrügen. So eine andere Ebene, wo jetzt auch Realität und Film verschmelzen, ist die Tatsache, dass Nicole Kidman und Tom Cruise zur Zeit des Filmdrehs tatsächlich seit fünf Jahren verheiratet waren. Also ein Ehepaar spielt ein Ehepaar mit vielen Anspielungen. Also das heißt, er lässt die tatsächliche Realität, das Leben der Schauspieler mit dem Film verschmelzen. Und im Film gibt es dann auch wieder verschiedene Traumebenen. Das ist wirklich sehr interessant, was der da so gemacht hat und wie er ein Gesamtkunstwerk geschaffen hat. Wie gesagt, um wir zurück zur Handlung, dieses Ehepaar besucht jetzt diesen Ball. Es wird schon so gezeigt, dass sie so diese sexuelle Spannungen und diese unterdrückten Gelüste dort haben. Und nach dem Ball kommen sie nach Hause und Alice eröffnet Bill, dass sie auf einem gemeinsamen Familienurlaub, wie gesagt, so einen Marineoffizier gesehen hat und ganz stark das Bedürfnis hatte, mit ihm zu schlafen und ihn eigentlich zu betrügen. Und daraufhin Bill ist dann sichtlich oder auch verständlicherweise mitgenommen davon, dass seine Ehefrau ihm so etwas eröffnet, macht er sich auf so eine nächtliche Reise. Und auf dieser nächtlichen Reise kommt so durch die Stadt, durch New York, kommt er auch in verschiedene Szenen und Momente, wo er auch kurz davor sie jetzt wieder zu betrügen. Es geht immer ums Fremdgehen. Es wird aber nicht, es findet nicht wirklich statt. Letzten Endes bleiben die einander treu, bewegen sich so an dieser Grenze. Und jetzt ist es so, im Verlauf dieser Nachtreise, das werde ich dann aber später noch näher erklären, kommt er zu einem sehr elitären Kreis, wo in einem Schloss eine elitäre Gemeinschaft, man müsste sagen so eine Art Loge oder Sekte, es wirkt wie so eine Satanssekte, eine Orgie feiert. Und diese Orgie, ja da ist er dann Zeuge und später nach dieser Orgie gibt es dann praktisch auch noch eine weitere Handlung. Jetzt ist aber das interessante, alle Stationen, die er bis zu dieser Orgie gelangt, besucht, die besucht er auch nach der Orgie in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, dieser Film hat einen ganz speziellen Handlungsbogen. Der geht so hoch, dann kommt die Orgie und dann fällt er so ab und es ist an dieser Orgie, die ist wie so ein Spiegelpunkt, sind die ganzen Szenen gespiegelt, die Stationen und die Leute, denen er begegnet. Der Film dauert auch hundert, wenn ich mich jetzt nicht irre, 160 Minuten, ich bin nicht sicher, ich glaube zwei Stunden, 40 Minuten, ja das müssten 160 Minuten sein. Und es ist so aufgebaut, dass der erste Teil 70 Minuten dauert, dann kommt diese berühmte Szene mit dieser Orgie, die dauert 20 Minuten und dann dauert der dritte Teil wieder 70 Minuten. Und dieser Aufbau der Handlung ist insofern auch interessant, weil ja normalerweise, jetzt nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen Hollywood Filme anders aufgebaut sind. Die fangen ruhig an, dann gibt es so einen Spannungsbogen, dann gibt es das Finale und das Happy End. Das ist hier anders. Dieser Film arbeitet eben mit dieser Spiegelebene. Und was ich daran so spannend finde, aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt Rituale, Logenrituale anschaut, wie ich sie beispielsweise aus der Freimaurerei kenne, dann sind die ähnlich aufgebaut. In einem Freimaurerritual läuft es beispielsweise so ab, dass zu Anfangs die Loge geöffnet wird. Das heißt, die verschiedenen Ritualbeamten, der Meister vom Stuhl, die auch sehr, die verlesen oder sprechen je nach Lehrart auswendig Texte, Dialoge, Wechselreden, die vorgegeben sind. Und danach werden verschiedene Lichter entzündet und es wird eine Arbeitstafel oder ein Teppich aufgedeckt. Und dann ist die Loge geöffnet. Dann findet in der Loge etwas statt, beispielsweise die Aufnahme eines neuen Mitgliedes. Und dann wird die Loge geschlossen. Und beim Schließen der Loge werden all diese Handlungen, die zur Öffnung der Loge notwendig waren, rückwärts wieder durchgeführt, sodass sie dann geschlossen ist. Das erzeugt einen geistigen Schutzraum. Und wenn man diesen Film in der Gesamtheit unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dann stellt man fest, dass der Film funktioniert letztlich wie ein Ritual. Und die Orgie in diesem Schloss mit dieser satanischen Gruppierung oder andeutungsweise satanischen Gruppierung bildet praktisch den Höhepunkt nach Öffnung der Loge. Alles, was dahin führt, ist wie die Öffnung einer Loge. Dann kommt es zu der Initiationshandlung dort und dann wird die Loge wieder geschlossen. Das heißt, eigentlich zeigt uns dieser Film auch die Einweihung oder Initiation des Protagonisten Bill Harford. Was man erkennen kann, eben an dieser Struktur, wie der Film aufgebaut ist. Ein weiteres Kuriosum, was ich hier noch anführen möchte, ist die Tatsache, dass Kubrick den Film in England gedreht hat. Er spielte in New York, wurde aber in England gedreht. Kubrick hatte Flugangst massive und hat jahrelang England nicht mehr verlassen. Und er hat ganze Teams nach New York geschickt von Mitarbeitern, die dort Straßenzüge teilweise mit dem Zentimeterband vermessen haben, damit man diese dann eins zu eins in London in Studios nachdreht. Das ist schon wirklich abgefahren. Und das ist auch irgendwie noch mal so eine Besonderheit, wenn man den guckt. Es ist so gut gemacht, wenn man das nicht weiß, denkt man wirklich, der wäre in New York gedreht. Dieses kurze Bild ist auch sehr interessant. Ja, ich hatte euch ja eben gerade schon gezeigt, wie die beiden dann durch ihre Wohnung gehen und da sind diese ganzen Gemälde. im Hintergrund. Und dann gibt es diesen kurzen Moment, wo die einander ansehen. Und Bill schaut Alice an und hinter ihm ist dieses Gemälde mit einer Katze. Als würde die Katze sie auch ansehen. Und man könnte versucht sein, die Katze auch als ein Element okkulter Initiation zu betrachten. Katzen sind ja die heiligen Tiere des alten Ägyptens. Ich habe hier eine Darstellung der Bastet, der ägyptischen Katzengöttin, diesem Bild beigestellt. Vielleicht führt das auch zu weit. Wie gesagt, Kubrick hat diese ganzen Symbole sehr subtil eingearbeitet. Aber ich denke schon, dass die Katze eine okkulte Symbolik hat als ein Tier der Nacht, ein Jäger der Nacht als eine Einweihung zu Gottheit. Katzen und Hunde sind ja auch Wächterwesen. Man hat beispielsweise ja auch in der Unterwelt Hunde als Wächter. Wenn es dann aber wiederum um Tempel geht, dann hat man oft Katzen oder Löwen als Wächter. Also Katzen sind definitiv auch Wächter des Heiligen. Und wenn wir mal weiter schauen, so ein anderes Element, was immer wieder auftaucht. Es gibt zum einen, wie gesagt, es spielt ja alles zur Weihnachtszeit. So eine Weihnachtsbeleuchtung mit so einer bunten Lichterkette. Das ist immer dieselbe Beleuchtung und dies taucht an verschiedensten Orten in diesem Film auf. Was ja eigentlich total absurd ist, als würde jetzt irgendwie irgendwelche Restaurants, Cafés, Arztpraxen, Nobelbälle und irgendwelche Privatwohnungen immer ein und dieselbe Lichterkette benutzen. Es ist aber so. Und ganz häufig taucht auch der Siebenstern auf. Hier sehen wir dann den Bill vor so einem Siebenstern drapiert. Man hätte ja auch denken können, zu so einer Okkulthandlung würde das Pentagramm der Fünfstern gut passen. Ja, oder der Davidstern oder das Salomonische Siegel. Aber es ist tatsächlich der Siebenstern, der in einem gewissen Maße anspielt auf das hier, auf die sogenannte Chaldeische Reihe. Hier haben wir auch den Siebenstern. Er entspricht den sieben Planeten. Er ist halt ein nicht ganz so geläufiges, okkultes Symbol wie jetzt das Pentagramm. Aber diese sieben Sterne sind dort auch überall angedeutet, also angebracht und deuten eben auch auf so eine okkulte Ebene hin. Das ist jetzt so eine andere Szene. Da sieht man jetzt kurz nachdem Bill eben gerade vor dem Siebenstern stand, zusammen mit Alice begrüßt er auf diesen Ball den Gastgeber, diesen Victor Chrysler. Und das ist auch interessant, dessen Ehefrau, wie wir hier sehen, hat diese Muschelohrringe und diese Muschelkette beziehungsweise mit Schneckenhäusern. Und Kubik hat ja bis ins letzte Detail alles geplant. Und es ist natürlich eine Anspielung, ja, auf die Kopfbedeckung des Papstes, die ja auch an diese Muschel erinnert. Ja, und diese Muschel hat ja auch den Namen, also diese Gattung heißt ja auch Mitra, wie die Mitra, die eine der Kopfbedeckung der Päpste. Ich meine, Päpste haben natürlich mehrere. Ich habe ja auch eine Vatikansendung damals mit Frank Stoner gedreht, wo wir dann näher auf diese Thematik nochmal eingehen, was es mit der Mitra oder der Tiara, diesen verschiedenen Papstbedeckungen auf sich hat. Aber ich fand es schon beachtlich, dass hier diese Schneckenhaus-Symbolik auftaucht. Das heißt, man könnte sagen, die die Ehefrau von dem Viktor hat so ein bisschen Papstattribute, vielleicht wie so eine Päpstin. Das ist insofern spannend, weil er wiederum, der Viktor, der Ältere, den man hier auf dem Bild sieht, hat Attribute des Teufels, worauf wir dann später noch zu sprechen kommen werden. Aber da kann man mal so in der Gesamtsymbolik drüber nachdenken. Dann ist diese Figur noch interessant, Nick Nightingale, also Nick Nachtigall auf Deutsch, ist benannt nach der Nachtigall. Die Nachtigall ist ja wie gesagt ein Vogel, der für seinen extrem schönen Gesang bekannt ist und er ist Konzertpianist oder Jazzpianist, könnte man besser sagen, hier auch wieder vor dem Siebenstern angepositioniert. Und Nick hat eine besondere Funktion in diesem Film. Hier sehen wir dann noch Bill und Nick und es ist so, Bill ist ja Arzt, erfolgreicher Arzt, muss man ja auch sagen. Und er erkennt jetzt auf diesem Ball am Klavier seinen alten Studienfreund Nick Nightingale. Spricht ihn dann an, auch Nick erkennt Bill, freut sich und die beiden führen eine Konversation. Und es ist so, dass Nick sein Studium, sein Medizinstudium damals abgebrochen hat und sich nun als Pianist durchschlägt, der mit verschiedenen Ensembles mal hier, mal dort spielt. Und ja, eben nicht so diese bürgerliche Karriere hingelegt hat. Und das ist auch so interessant, dieser Kontrast, der schwarze Anzug, der weiße Anzug. Also die beiden sind Freunde, die beiden gehören irgendwie zusammen. Sie sind aber auch ein gewisser Widerspruch. Der eine entspricht diesen bürgerlichen Konventionen, der andere nur so halb als Musiker, als Künstler, als Jazzpianist und auch eben jemand, der sich durchschlagen muss, der keine gesicherte Existenz hat. Auch hier könnte man im gewissen Sinne eine Dualität oder besser gesagt eine Polarität annehmen. Ja, sie ist auch symbolisch das musivische Pflaster, dieses berühmte Schachbrettmuster der Freimaucherei, was sich hier bei den beiden als polare Figuren, die miteinander befreundet sind und Wechselwirkung sind, zeigt. Ja, auf diesem Ball kommt es dann dazu, dass Bill diesen beiden Schönheiten begegnet. Die eine kennt ihn oder er kennt ihn wieder und spricht ihn irgendwie an so sinngemäß. Sie sind doch der Doktor. Er hat ihr dann irgendwo, ich glaube, bei der Fifth Avenue, ist ja auch so eine ganz berühmte Nobelstraße dort in Manhattan. Hat er ihr mal geholfen als Arzt und ein Taschentuch gereicht. Und diese Szene ist völlig überzogen. Die beiden sind total verführerisch. Also es ist eine sehr unrealistische Szene, hat schon was Traumhaftes. Vielleicht seine insgeheime erotische Fantasie, dass ihm jetzt solche Frauen begegnen, die ganz offenkundig mit ihm flirten und schwerst an ihm als Mann interessiert zu sein. Und die beiden fühlen ihn dann weg und er fragt sie, wohin fühlt ihr mich? Und sie sagen ans Ende des Regenbogens. Und der Regenbogen hat später im Film nochmal eine Bedeutung, weil er in einem Kostümverleih, der Rainbow, also Regenbogen heißt, sich für diese satanische Orgie, an der wo er dann hingeht, ein Kostüm mit Maske ausleiht. Also der Regenbogen spielt in diesem Film mit rein und er ist auch verbunden mit diesen beiden Frauen. Jetzt ist es aber so, die flirten mit ihm und bevor mehr passieren kann, kommt so ein Mitarbeiter oder so ein Diener oder Bediensteter von dem Victor, dem Gastgeber, der steinreich ist und bittet ihn doch mitzukommen. Ja, der Victor brauche, da wäre irgendwas, also er braucht Hilfe, das sagt er dann nicht. Aber er muss dann die beiden Grazien da stehen lassen und geht diese Wendeltreppe hoch. Oder so halbe Wendeltreppe. Auf jeden Fall ist es so eine geschwungene Treppe, ist auch ein Symbol, das man aus dem Gesellengrad der angelsächsischen Freimaurerei kennt. Und wieder mal eine Einstellung, eine Bildeinstellung, die ganz kurz ist. Aber was sehen wir auf diesem Bild? Wir sehen zum einen, dass diese Treppe hell erleuchtet ist. Die Lichtsymbolik. Er macht sich praktisch jetzt auf dem Weg ins Licht oder zum Licht und derjenige, dem er dann ja begegnet, ist der Victor. Und ich hatte schon gesagt, das ist eine Figur, die was Teuflisches hat, was Luziferisches, etwas vom Lichtbringer vielleicht. Und hier steht diese, diese Statue. Die kann man leicht übersehen. Das ist aber eine ganz berühmte Szene. Es ist Armung und Psyche. Armung und Psyche ist ein ganz berühmter Mythos, eine Erzählung aus der griechisch-römischen Mythologie, auf die hier angespielt wird. Auch eine Liebesgeschichte, Psyche, die Seele und Amor, der bekannte Liebesengel, wenn man so will, die einander lieben. Also auch hier subtil, das Erotische mit eingearbeitet. Unten unter der Statue sitzen auch genau drei Personen. Kubrick, der ja alles bis ins letzte Detail geplant hat, hätte ja auch vier oder fünf Personen hinsetzen können. Es sind aber drei, vielleicht eine Anspielung an eine gewisse Trinität. Es kann aber auch sein, dass jetzt diese Vermutung zu weit führt. Aber sicherlich die Lichtsymbolik und Armung und Psyche, die sind ganz bestimmt nicht zufällig an dieser Stelle. Und jetzt kommt er also zu diesem Viktor, den wir hier sehen. Und da ist Folgendes passiert. Er hatte scheinbar dort in seinen Privatgemächern, während unten dieser Ball stattfindet, an dem ja auch seine Ehefrau teilnimmt, die wir da ja noch gesehen haben, sich eine Prostituierte aufs Zimmer gerufen. Und diese Prostituierte hat eine Drogenüberdosis und ist ohnmächtig geworden. Jetzt ruft er also den Bild zur Hilfe, der überprüfen soll, wie ihr Gesundheitszustand zu bewerten ist. Ja, auch hier wieder so von der ganzen Ästhetik, wie Kubrick das gemacht hat. Dieses Grün und Gold im Hintergrund. Dann sehen wir ein Bild an der Wand, genau in so einem Grünton. Wir sehen, dass der Viktor eine goldene Armbanduhr hat, die zu diesem Gold an der Wand passt. Also all das sind so traumhafte Bilder. Auch das hier ist total spannend. Während er jetzt also mit dem Bild spricht, steht er vor diesem Bild einer nackten Frau und sein Kopf befindet sich praktisch genau zwischen ihren Beinen. Also da, wo er jetzt den Genitalbereich verdeckt. Kubrick hat all diese Szenen arrangiert und es ist, wenn man das wirklich so Szene für Szene anguckt, immer wieder genial, wie er Hintergründe, Lichter und Figuren positioniert hat, um eine ganz subtile Bildsprache zu erzeugen, die aufs Unterbewusstsein wirkt. Und diese Szene, die wir jetzt hier sehen, die ist wirklich genial. Jetzt ist es so, dass die junge Dame, die kommt dann zu sich und hat den Drogencocktail überlebt. Und der Viktor, der ist total abgebrüht und kalt. Der fragt dann den Bill einfach nur, ja, kann ich sie hier rausschaffen? Und spielt auch während er so redet, immer nervös mit seinem Ehering. Also für den ist das so scheinbar, dass täglich Brot sich da, obwohl er verheiratet ist, mit solchen Callgirls zu vergnügen. Und das ist ja auch wiederum interessant, weil der Bill ja eigentlich immer diese Fremdgehfantasien hat. Und jetzt wird er hier konfrontiert mit jemandem, der das einfach schamlos auslebt. Und warum ich sage, das ist genial, es kommt jetzt zu einem Dialog. Kurz nach diesem Bild ist es so, dass Bill aufsteht und sich vor die junge Dame hockt und mit ihr spricht. Und dann redet er ihr ins Gewissen und hinter ihm steht Viktor. Und dann sagt er so sinngemäß sowas wie, sie haben ja nochmal richtig Glück gehabt. Ja, also ich gebe es jetzt nicht wortwörtlich wieder, aber so ungefähr. Sie haben ja nochmal richtig Glück gehabt. Sie müssen einen Entzug machen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Dann sagt sie ja, so kann das nicht weitergehen. Und das Geniale daran ist, dieser Dialog passt natürlich zu dieser Frau. Die ist Prostituierte, die ist drogenabhängig. Er ist Arzt. Es ist jetzt naheliegend, dass er ihr zum Entzug gerät und ihr sagt, das kann so nicht weitergehen. Aber hinter ihm steht Viktor, der Alte. Und all die Wörter und Sätze, die Bill sagt, passen eigentlich viel besser zu Viktor. Denn der ist sexsüchtig. Also sie haben heute nochmal Glück gehabt. Ja, es hätte ja auch die Prostituierte bei ihm jetzt da in diesem Badezimmer sterben können. Also was wäre dann los gewesen? Dann wäre er aufgeflogen. Ja, und der ist offenkundig sexsüchtig. Ja, also er ihm dann sagt praktisch, so kann es nicht weitergehen. Sie haben nochmal Glück gehabt. Sie müssen einen Entzug machen. All das passt viel besser zu Viktor. Und Kubik spielt damit. Er zeigt uns diese Bilder, lässt uns diese Worte hören und verschiebt die Ebenen. Zu wem wird das gesagt? Wo passt es eigentlich besser hin? Es passt eigentlich auch zu beiden. Natürlich passt es auch zu der Prostituierten. Also auch wieder so eine ganz kleine Szene. Wenn man den Film das erste Mal guckt oder ihn, ja sage ich mal, nicht mit dem geschulten Auge schaut, mit dem ich das vielleicht tue, dann überschaut man das und überhört das und misst dem keine Bedeutung bei. Aber es ist bei näherer Betrachtung wirklich genial gemacht. Ja, auch hier. Jetzt kommen die beiden dann von diesem Ball zurück, Bill und Alice. Und es gibt so eine Szene, wie sie jetzt nackt vor dem Spiegel steht. Und er kommt dann auch dazu. Und dann ist das so eine gewisse, so eine erotische Knutschszene. Aber ich finde es hier interessant an dieser Bildkomposition. A, dass wieder der Spiegel eine Rolle spielt, dass wir sie frontal nur durch den Spiegel sehen und die gespiegelte Realität wieder hineinfließt. Und B, guckt euch doch mal rechts diesen Kerzenhalter an. Der erinnert so ein bisschen an eine Menorah aus dem Judentum, hat aber fünf sichtbare rote Kerzen. Rot ist eine Signalfarbe. Rot ist eine aggressive Farbe. Es ist aber auch eine Sexualfarbe. Wir sprechen ja nicht umsonst vom sogenannten Rotlichtmilieu. Und die fünf Zahl sind die fünf Sinne. Was uns hier gezeigt werden soll, ist ein Bild der Sinnlichkeit. Die fünf Sinne. Das Erotische spielt jetzt rein. Sie ist nackt. Er kommt dann auch gleich nackt dazu. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich dann beim Gucken immer wieder freue, wenn ich sowas entdecke, wie geschickt das in so einen Film eingearbeitet ist. Was wir hier sehen, ist auch wieder total interessant. Das ist jetzt eine Szene, wo Bill seine Arztpraxis betritt. Und das geht recht schnell. Er kommt rein, begrüßt die Sprechstundenhilfe und geht dann so einmal um den Tresen rum zu seinem Praxisraum. Und die Kamera begleitet ihn. Und wir sehen hier zum einen wieder den Weihnachtsbaum und auch eine Weihnachtskarte stehen. Also diese Symbolik. Es spielt ja zu Weihnachten auch im Hintergrund total skurril. Diese ganzen Weihnachtsgrußkarten auf der Fensterbank eigentlich irgendwie so überzeichnet. Interessant ist aber das Bild an der Wand. Da ist in der Mitte so ein abstraktes Gebilde eingearbeitet. Es sieht ein bisschen aus, das Logo von ProSieben. Könnte auch eine Sieben sein. Könnte aber auch der zehnte Buchstabe des hebräischen Alphabets das Jod sein. Das Jod ist ein Symbol oder das Jota, was auch in der Freimaurerei und in der Kabbalistik eine große Rolle spielt. Denn es ist einer der Buchstaben, aus dem sich das Tetragrammaton, der unaussprechliche Name Gottes zusammensetzt. Wir sehen auch unten, habe ich so eingeblendet, mal so ein Freimaurerpin. In der Freimaurerei kommt das Symbol im 14. Grad des alten und angenommenen schottischen Ritus vor, wo es auch dann in diesem Grad darum geht, dass dieser Gottesname wiedergefunden wird. Und ja, das sind kleine Anspielungen in diesem Film immer wieder an Initiation. Ja, da ist er dann hier zu sehen, in seiner Praxis, wie er eine Patientin behandelt und auch eine total groteske Szene. Also die Patientin, ja, oben ohne sieht aus wie ein Model oder also irgendwie, die ihn so leicht lüstern anschaut und er etwas verkrampft, eigentlich wahrscheinlich schwer an ihr interessiert, aber in seiner professionellen Ärzterrolle gefangen. Und dann als drittes Element diese Sprechstundenhilfe, die ganz streng und darüber wacht. Und was man hier sehen kann, ist auch so eine Anspielung an die Psychoanalyse. Ich hatte ja schon gesagt, die Traumnovelle von Schnitzer hat ganz viel mit Psychoanalyse zu tun. Und wir sehen hier eigentlich die drei Persönlichkeitsanteile, die Freud beschrieben hat. Ja, die nackte Dame oder die Dame, die oben ohne ist, spiegelt das S wieder. Die reine, triebhafte, sexuelle Natur der Persönlichkeitsstruktur. Bill Harford ist das Ich, das kämpft, kämpft praktisch mit seinem Verlangen, möchte sich dem S zuwenden und die Sprechstundenhilfe, die etwas abseits steht und streng blickt, symbolisiert das Über-Ich, welches praktisch über dem Ich und dem S wacht und unterbindet, dass mehr passiert. Jetzt ist ja auch die Anstandsdame in dieser Szene. Ich meine, rein theoretisch wäre er jetzt mit dieser Patientin allein, könnte ja, so könnte man mutmaßen, da mehr passieren. Aber es ist eigentlich dadurch, dass die Sprechstundenhilfe dabei ist, völlig ausgeschlossen. Ich es und Über-Ich vereint in einer kurzen Szene. Ja, hier sehen wir jetzt Alice, seine Frau, wie sie Weihnachtsgeschenke mit deren Tochter einpackt. Und das sieht man auch nur in einer ganz kurzen Aufnahme. Was sie dem Bill nämlich schenken, ist so ein dickes Buch, so ein Bildband über den Maler Van Gogh. Es ist auch interessant, denn Van Gogh, wenn man dessen Kunst kennt, hat ja auch immer etwas gemalt, was so etwas Traumhaftes hat, etwas Verschwimmendes. Van Gogh war ja auch Absinthtrinker. Van Gogh wurde später wahnsinnig. Das ist schon so ein spezieller Maler, der passt ganz gut in diesen Film, der ja auch diese Grenzen aufweicht. Und auch im Hintergrund die Pflanze finde ich interessant. Ich weiß nicht, was das für eine Pflanze ist, aber auf den ersten Blick erinnern ihre Blätter so spontan an Cannabis-Sativa. Und es spielt ja auch beim Betrachten so eines Bildes gar keine Rolle, ob da wirklich eine Cannabis-Pflanze steht oder etwas anderes. In dem Moment, wo das Unterbewusstsein sich an Cannabis erinnert fühlt, denken wir an Cannabis oder haben Assoziationen, die damit in Verbindung stehen. Das heißt, es wird im Denken ein Bild erzeugt, im unterbewussten Denken, eine Wirkung. Und mit so etwas hat Kubrick gespielt. Interessant ist auch die Tochter, klein und rothaarig, wie sie hier zu sehen ist. Zum einen ähnelt sie ihren Eltern wenig. Sie wirkt fast schon optisch eher wie so eine Adoptivtochter. Ich meine, er ist dunkelhaarig, sie blond, die Tochter dann rothaarig. Und die Tochter heißt im Film Helena. Und ich bin der Meinung, dass dieser Film, weil es ja eben auch um verbotenes Verlangen geht, um unbewusstes sexuelles Verlangen, auf eine ganz, ganz subtile Weise auch andeutet, dass Bill ein Verlangen nach seiner Tochter hat. Also ein pädophiles Verlangen. Aber das ist wirklich ganz subtil angedeutet. Zum einen durch diesen Namen Helena. Helena wissen wir ja aus dem Trojanischen Krieg von Homer. Ist die schöne Königstochter, die von den Trojanern geraubt wird. Helena ist also, wenn man so will, ein Objekt männlicher Begierde. Und jetzt heißt ausgerechnet die Tochter in diesem Film so. Und später tauchen noch an zwei Stellen Kuscheltiere auf. Das werde ich dann aber nochmal erwähnen, wo ich auch der Meinung bin, dass das in diese Richtung geht, die Andeutung. Das ist jetzt auch interessant. Alice kifft heimlich oder was, also nicht heimlich, heimlich vor der Tochter. Dann gibt es eine Szene, wie sie dann ihr Gras aus dem Nachtschrank im Badezimmer, aus dem Badezimmerschrank besser gesagt rausholt. Und dann am Tisch sich diesen Joint dreht. Das hat Kubrick angeordnet, angeordnet, beinahe wie so ein Stillleben. Wenn da jetzt nicht die sich bewegenden Hände wären. Und was, was sehen wir auf diesem Bild alles? In der Mitte steht das Gras, die Droge, der Rausch, das Traumhafte. Dann sieht man ihren unheimlich prunkvollen Ehering, was ja auch diesen Reichtum der beiden widerspiegelt. Der ist ja schon als kein dezenter Ehering. Und versteckt ist das Gras in dieser Packung von Pflastern, das Gras als Seelenpflaster. Von der Symbolik spielt das rein. Sie benutzt also die Droge, den Rausch, als Seelenpflaster in der Ehe, angedeutet durch den Ehering. Also ich finde es auch wieder total beeindruckend, diese Informations- und Symboldichte in einem kleinen Bild, in einer ganz kurzen Einstellung. Aber es ist eigentlich ganz viel ausgesagt. Ja, das ist auch interessant. Also als sie ihm dann, ich springe so ein bisschen hin und her, ihr müsst mir das verzeihen, ich setze voraus, dass ihr den Film alle kennt. Wenn nicht, wie gesagt, schaut ihn euch vielleicht zuerst einmal an, bevor ihr meine Sendung schaut und vielleicht danach noch ein zweites Mal. Nachdem Alice Bill also eröffnet hat, dass sie diese Fremdgehfantasien hat und er sichtlich geschockt ist, klingelt das Telefon. Und er wird zu einem Patienten gerufen, der verstorben ist. Und da fährt er jetzt mit dem Taxi hin und dann gibt es diese Einstellung, dass das Taxi auf dieser mittleren Spur fährt, die diesen Namen hat, Lane Fire. Und die sogenannte Fire Lane, das ist in amerikanischen Städten so, ist das, was wir eine Rettungsgasse nennen. Das ist ein Fahrstreifen, der reserviert ist eigentlich für die Feuerwehr oder Krankenwagen für Notfälle. Und das ist nachvollziehbar, dass er jetzt als Arzt praktisch, der zu einem Patienten fährt, diese Fire Lane benutzt oder vom Taxifahrer benutzen lässt. Es ist aber so ein bisschen merkwürdig, weil der Patient ja verstorben ist und er das auch weiß. Ihm wurde ja mitgeteilt, er sowieso ist gestorben. Und vielleicht ist der Notfall symbolisch betrachtet, der ihn dazu veranlasst, jetzt auf der Fire Lane fahren zu dürfen, eigentlich dieser Notfall seiner Ehe, das was zwischenmenschlich zwischen ihm und seiner Frau passiert ist und diese besondere Lage, in die er jetzt gerät. Und hier sehen wir jetzt nochmal diese Sequenz, das ist so, bei ihm sind das so seine Fantasien von Bill, wie jetzt also seine Frau ihn mit diesem Marineoffizier betrügt. Und das ist auch eine ganz komische Geschichte. Ich hatte ja schon zum einen gesagt, das erinnert an L. Ron Hubbard. Hier sehen wir dann jetzt nochmal L. Ron Hubbard in jüngeren Jahren als Marineoffizier. Also Kubrick hat das so arrangiert, dass er da auch damit spielt, was auch im Privatleben seiner Schauspieler stattfand. Ich meine, Nicole Kidman ist ja die Ehefrau von Tom Cruise gewesen und L. Ron Hubbard als der Gründer von Scientology spielt ja auch eine Rolle im Leben von Tom Cruise. Und das vermischt er jetzt so. Und Kubrick ist in seinem Perfektionismus, seinem Fanatismus so weit gegangen, dass er beim Dreh, also der Dreh dieses Films dauerte auch relativ lange, das so gemacht hat, dass Tom Cruise und Nicole Kidman sich für mehrere Wochen nicht sehen durften. Die durften sich nicht sehen und in dieser Zeit musste sie diese Liebesszenen mit diesem Darsteller, ja ich mach's nochmal zurück, mit dem hier, der jetzt diesen Marineoffizier spielt, unendlich oft proben. Also es sind nur ein paar Sekunden im Film, wo die so rummachen, aber Nicole Kidman musste das wochenlang praktisch mit dem einüben und immer wieder sich da so regeln, damit die Szene total realistisch ist. Und nachdem die dann abgedreht war und Kubrick dann endlich zufrieden war, dann hat er auch Cruise und Kidman zu sich zitiert, während des Drehs, also irgendwie so Backstage. Und sie musste ihm dann vor Kubrick detailliert von diesen Szenen, die sie da eingeübt hat, berichten, nachdem die sich wochenlang nicht sehen durften. Also der hat, der Kubrick hat mit seinen Schauspielern richtige Psychospiele gespielt, wenn man es genau nimmt. Alles, damit seinen Film eine ganz besondere Atmosphäre hat, ein ganz besonderes Knistern, eine ganz besondere Intensität, die vielleicht so nicht möglich gewesen wäre. Ich meine, da bin ich selber zu unerfahren, was jetzt wirklich Schauspiel angeht oder Regie, wie weit man da jetzt wirklich gehen muss, damit Szenen authentisch sind. Aber das ist insofern alles irgendwie so ein bisschen prickelnd und interessant, weil er lässt ein echtes Ehepaar, ein Ehepaar spielen, wo es um diese ganzen Fremdgehen-Geschichten geht. Wie gut das jetzt der Ehe von Tom Cruise und Nicole Kidman dann wirklich getan hat, dass sie diesen Film gedreht haben, möchte ich mal mit großen, großen Fragezeichen versehen. Hier sehen wir auch wieder so eine dieser unheimlich genialen Bildkompositionen, mit denen Kubrick unser Auge verwöhnt. Bill ist jetzt also bei dem verstorbenen Patienten von sich angekommen, der liegt da tot in seinem Bett und dessen Tochter ist anwesend. Und der junge Mann neben der Tochter, das ist ihr verlobter Karl, der ist am Anfang aber noch nicht dabei. Zu Anfang ist Bill allein mit der Tochter und das ist ganz spannend, weil sie ihm dann, so grotesk das auch sein mag, praktisch neben ihrem toten Vater eröffnet, dass sie unsterblich in Bill verliebt ist. Und das ist insofern interessant, zum einen, sie gesteht ihm diese Liebe nach dem Tod des Vaters. Auch hier wieder diese Anspielung an die ganzen Themen der Psychoanalyse, nachdem jetzt also ihr vielleicht ja strenger Vater gestorben ist oder der Vater als Autorität. Da ist sie dann in der Lage, diese Liebe zu gestehen. Sie hat aber einen Verlobten und das ist jetzt auch wieder so interessant, weil Bill hat ja praktisch unmittelbar, bevor er jetzt zu dem verstorbenen Patienten gefahren ist, von seiner Frau erfahren, dass sie diese Fremdgehfantasien hat. Nun kommt er hierher, wo ein verstorbener Patient ist und dessen Tochter, die vergeben ist, eröffnet ihm, dass sie solche Fantasien hat, in der er aber praktisch das Objekt der Begierde ist. Es ist dieselbe Situation, nur mit vertauschten Rollen. Das ist so typisch für diesen Film. Es werden Szenerien und Bilder aufgebaut, wo jetzt ein und dasselbe Geschehen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Und es kommt dann kurz nachdem sie ihm also so ihre Liebe gesteht, kommt dann auch ihr Verlobter Karl, der natürlich von all dem nichts weiß und Bill bleibt in dieser professionellen Rolle des Arztes. Und ihr seht hinter ihr in diesem Bild ganz links außen, ganz klein, eine Maske. Und das ist so eine altgriechische Theatermaske. Sehr interessant, dass da sowas steht, weil die Maskensymbolik noch eine große Rolle in dem Film spielen wird. Und Masken doch auch immer wieder vorkommen. Und das Besondere ist jetzt auch, dass Bill und dieser verlobte Karl, die ja beide eigentlich in derselben Situation stehen. Also beide haben eine Partnerin, die sich eigentlich Sex mit einem anderen wünscht. Ja, die verbindet so einiges. Und Kubrick hat das so arrangiert, als wären die wie so Zwillinge in einem gewissen Sinn. Das geht so weit, dass der Darsteller, der diesen Karl spielt, am selben Tag Geburtstag hat wie Tom Cruise. Ob das jetzt Zufall war oder ob er den bewusst so ausgewählt hat, sei mal dahingestellt. Ich finde diese Szene auch spannend. Und unten habe ich mal als Zwillinge aus der römischen Mythologie die Dioskuren eingeblendet. Und jetzt habe ich hier zwei Screenshots gemacht. Das eine zeigt Tom Cruise, also Bill Harford, wie er an der Tür, wo der Tote liegt und sich ja auch diese Tochter befindet, klopft. Und dann, kurze Zeit später, die Szene wie Karl, der Verlobte, dort klopft. Und man sieht die ganze Körperhaltung, die Art, wie sie klopfen. Das ist verdammt ähnlich. Das hat Kubrick extra so gedreht, als wären die beiden Zwillinge oder als wären die beiden Spiegelbilder. Sehr subtil eingearbeitet. Aber wie gesagt, wenn man den Film mehrmals schaut mit so einem sehr genauen Blick, dann stellt man solche Dinge fest. Das ist schon sehr interessant. Jetzt kommt auch wieder so eine Szene, die finde ich ganz subtil, ganz traumhaft faszinierend, wie das gemacht ist. Bill, nachdem man da bei dem verstorbenen Patienten und der ihn anhimmelnden Tochter fertig ist, wandert jetzt durch das nächtliche New York. Und während er jetzt so nachdenklich durch die Straßenzüge geht und er denkt dabei, das wird dann nochmal eingeblendet, immer in Flashbacks so an diese Fantasie, wie seine Frau ihn mit diesem Marineoffizier betrügt, da passiert er verschiedene Stationen. Hier sehen wir zum Beispiel im Hintergrund das Mexican Café, das Wort Mexican, also mexikanisch, ein mexikanisches Café. Und kurz danach, in der nächsten Szene, geht er an einem Blumenladen vorbei, wo dieses Paar knutscht. Es wirkt auch alles irgendwie so surreal. Also man sieht rote Blumen, man sieht ja auch da drin eigentlich nur rote Blumen, wieder rot, diese sexuelle Signalfarbe und dieses knutschende Paar. Es geht jetzt auch bei ihm um unterbewusste Sexualwünsche und dann geht er hieran vorbei, da steht dann so ein Schild Pink Boutique und das sind diese Katze und die Katze hat so einen Kopf, der aussieht wie eine Maske. Also wieder die Katzen-Symbolik, die Masken-Symbolik und Pink Boutique, das ist so eine Art, wahrscheinlich so eine Art Fetisch, Erotikladen. Also er wandert praktisch durch so verschiedene Bilder und jetzt passiert folgendes, ihm kommt diese Gruppe junger Männer entgegen und diese jungen Männer sind Verbindungsstudenten und die sind betrunken, scheinbar übermütig, aggressiv und während die ihm entgegenkommen, hört man, was die reden. Und der eine berichtet von einem Erlebnis mit, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, mit einer Stripperin oder einer Prostituierten und gibt so vor seinen Kumpels an und die ist Mexikanerin. Das heißt, jetzt ist da eine Mexikanerin und die ist sozusagen das Sexualobjekt, über die unterhalten die sich und unmittelbar zuvor in den Sekunden ist Bill symbolisch praktisch im Hintergrund an einem mexikanischen Café und an einer bizarren Erotik-Boutique und einem knutschenden Pärchen vorbeigegangen. Das heißt, das, wo er herüberschreitet, sind dieselben Bilder, die jetzt als sprachliche Bilder in der Erzählung dieser Studenten auftauchen und das ist so das, was diesen Film zu einem Meisterwerk macht, dass Kubrick diese winzigen Details eingearbeitet hat und Kompositionen schafft, wo Bilder und Symbole miteinander verschmelzen. Also wir sehen etwas, was dann gleich aber von jemand anders in einem anderen Kontext gesagt wird. Aber wie wirkt es auf unser Unterbewusstsein? Unser Unterbewusstsein wird nicht unterscheiden, ob dort jetzt ein Verbindungsstudent Mexikanerin sagt oder ob wir kurz zuvor im Hintergrund das mexikanische Café gesehen haben. Ja, die Bilder wirken einfach oder auch die Sprachmuster. Das heißt, der Film hat auch so eine hypnotische Qualität. Und hier ist es auch interessant, diese Studenten, die einer von denen rempelt ihn gleich an, ziemlich brutal. Und ja, er guckt verdutzt, lässt sich das gefallen, bleibt in dieser Rolle des gutbürgerlichen Arztes. Er fängt jetzt keine Prügelei an. Es wirkt aber auch nicht so, als ob er Angst vor denen hätte. Es wirkt eher so, als ob er sich das Gefallen lässt im Sinne von der Klügere gibt nach. Oder er ist halt so aus dem Alter, wo man sich irgendwie prügelt, schon draußen. Das sind halt junge, dumme Burschen, wenn man so will. Und die beleidigen ihn dann aber. Die beschimpfen ihn noch und beschimpfen ihn als Schwuchtel, praktisch in herabwürdigender Weise als Homosexuellen. Und das ist auch wieder so eine Sache, weil es ja diese psychoanalytische Thematik auch hat. Hat Bill gegebenenfalls auch verdeckte homosexuelle Wünsche oder Fantasien oder was Bisexuelles, wird das hier angedeutet oder begegnet es ihm nur im Außen? Er hat ja auch gerade zuvor in der Szene, als ihm jetzt diese Tochter des verstorbenen Patienten die Liebe gesteht und ihn auch küssen wollte, letzten Endes eine Frau ausgeschlagen. Er hätte ja auch mit ihr jetzt wild knutschen können oder was auch immer etwas anbandeln können. Er hat es nicht getan. Er geht danach denke ich durch die Straßen, denkt an seine Frau, die ihn ja in Gedanken betrügt. Vielleicht stellt er seine Männlichkeit in Frage. Seine Männlichkeit als Ehemann, als Liebhaber seiner Frau oder auch als jemand, der jetzt das Angebot einer anderen Frau zurückgewiesen hat. Und ausgerechnet dann kommen ihm diese jungen Burschen und solche junge Verbindungsstudenten sind ja auch in gewissem Sinne ein Symbol für jugendliche Männlichkeit. Kommen ihm jetzt entgegen und stellen auch seine Männlichkeit in Frage, indem sie ihn, ich zitiere, als Schwuchtel bezeichnen. Interessant gemacht, ein anderer Faktor, der jetzt reinspielt, ist natürlich auch dieser hier. Ich zeige es mir hier symbolisch, Skull and Bones, dieser elitäre Studentenorden. Denn ihm begegnen Verbindungsstudenten. Das sind jetzt nicht im Film explizit Skull and Bones Leute. Ich glaube auch, dass Skull and Bones eine so elitäre Verbindung ist, dass sie nicht unbedingt irgendwie so proletenhaft ihre Mitglieder da durchs nächtliche New York ziehen. Aber ich weiß es nicht. Im Original, in der Traumnovelle von Schnitzler, da sind das Leute von der Burschenschaft. Ja, wir haben ja auch Verbindungen im deutschen Kulturraum. Das ist eine etwas andere Geschichte, aber Kubrick hat das mit in seinen Filmen übernommen. Und es ist auch eine Anspielung auf Eliten, denn der Film hat ja wie gesagt viele Ebenen. Und eine Ebene ist auch diese Sozialkritik, wo uns Gesellschaftseliten gezeigt werden, die letztlich machen, was sie wollen. Aber es ist eine sehr interessante kleine Passage. Naja, diese nächtliche Reise von Bill endet dann damit, dass ihn auf der Straße eine Prostituierte anspricht und auffordert, doch mit zu ihr zu kommen. Und dem kommt er dann nach. Hier ist er dann bei ihr zu Hause und sie hat diesen komischen Mantel an, diesen Wintermantel. Er sieht irgendwie ganz merkwürdig kitschig aus, auch eine starke Farb- und Bildsprache. Und wenn sie den dann auszieht, dann hat sie dieses Outfit. Und Bill sitzt dann da bei ihr in der Küche, lehnt sich so an die Küchenkommode und hinter ihm diese völlig kitschigen, amerikanisierten Weihnachtsgeschenke. Das sieht so aus, ja so überzogen. Ich meine, man muss sich mal so da reindenken, der ist jetzt bei einer Straßenhure im Prinzip zu Hause. Und ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt so die liebevollen gepackten Geschenke dann in der Küche stehen würden. Wirkt auf mich zumindest nicht sehr realistisch. Hat alles so was Traumhaftes. Auch ihr Outfit. Sie erinnert jetzt, zumindest nehme ich das so wahr, an eine Stewardess. Auch mit diesen Handschuhen. Sie sieht jetzt aussehende Stewardess. Und es stellt sich so die Frage, ob das nicht auch so verdrängte Wünsche von ihm darstellt. Ja, das Klischee. Es gibt doch so Klischees, die sexy Krankenschwester, die sexy Stewardess oder Polizistin oder keine Ahnung, so Uniformen und besondere Outfits. Dem wird ja nachgesagt, dass sie so eine gewisse sexuelle Wirkung haben. Also er ist jetzt hier mit ihr im Stewardess-Outfit. Und da zieht sie dann auch später noch ihr Jäckchen aus. Und dann sehen wir bei ihr, sie hat so ein Wohn- und Schlafzimmer in einem, diese Masken wieder an der Wand hängen. Und wir hatten ja auch schon vorher die Maskensymbolik und werden sie auch nachher haben. Masken haben eine ganz große Bedeutung in diesem Film. Und hier wieder in den Hintergrund ganz subtil mit eingearbeitet. Und auch hier kann man die Frage stellen, das sind jetzt ja so tribale Masken irgendwelcher indigenen Völker. Ob das so zur Standardausstattung von den Liebesnestern von Straßenprostituierten gehört? Nicht sonderlich realistisch, aber natürlich symbolisch aufgeladen. Auch das hier, ganz interessant. Jetzt ist er bei ihrem Wohnzimmer und sie hat da eine kleine Musikanlage und er macht da irgendwas und da sieht man ihre Bücher. Und rechts steht ein Buch, dessen Titel man lesen kann. Auf meinem Screenshot, den ich gemacht habe, ist es leider kaum zu erkennen, aber da steht Introducing Sociology. Zungenbrecher, also Einführung in die Soziologie auf Deutsch. Und ja, das hat die jetzt ausgerechnet als Prostituierte bei sich stehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn eine Frau Prostituierte ist, automatisch umgebildet ist. Aber es handelt sich hier um eine Bildkomposition und ich finde es schon auffällig und nicht unbedingt realitätsnah. Es zeigt uns, wir befinden uns eher in einer Traumwelt, in einer Traumebene. Und diese Einführung in die Soziologie spielt wieder in diesem Film an diese Gesellschaftskritik an. Er, der wohlhabende Arzt, sie, die arme Frau, die sich prostituieren muss. Und ja, solche Sachen sind natürlich auch Gegenstand der Soziologie. Diese Gefälle zwischen den Schichten und auch diese Eliten, die später im Film dann auftauchen, die so machen, was sie wollen. Das hat Kubrick hier dezent mit eingearbeitet. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ein Meisterwerk, wie er das so macht. Und jetzt kommen wir zu so einer interessanten Szene. Sie legt sich jetzt aufs Bett und bietet ihm natürlich praktisch Sex an oder wartet darauf, dass er sich dazu legt. Und neben ihr dieser Stofftiger. Und das ist ein interessantes Symbol. Zum einen der Tiger, die Raubkatze. Ja, das ist jetzt so das freudsche Unterbewusstsein. Und wer vielleicht mal von Freud die Traumdeutung gelesen hat, eins seiner wichtigsten Werke, der weiß, dass Freud oder die frühen Psychoanalytiker das auch so gesehen haben, dass alle Symbole, die uns in so Träumen begegnen, immer so eine doppelte Bedeutung oder dreifache Bedeutung teilweise haben. Und wenn wir jetzt eine Raubkatze sehen, dann kann die Raubkatze natürlich auch ein Symbol sein für die Frau als Raubkatze. Kann natürlich auch ein Mann sein, der der Tiger ist. Aber sie ist jetzt natürlich dort die sexy Raubkatze. Zum anderen, auf einer anderen Ebene, ist der Stofftiger aber auch ein Symbol des Infantilen. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass ich die Vermutung habe, dass es auch um Pädophilie in einem gewissen Sinne geht. Also dort liegt sie jetzt als Symbol der Begierde und hat so ein kindliches Stofftier dort. Das heißt, auch sie wird als etwas Kindliches gezeigt. Und in der Schlussszene des Films, das Bild werde ich auch noch nachher zeigen, in der allerletzten Szene ist Bildern mit seiner Ehefrau, mit Alice und der Tochter in so einem Spielzeuggeschäft. So eine Art Toys or Ass oder sowas. Und Alice ist zu sehen, wie sie vor ganz vielen Stofftigern wie diesem hier steht und ihn auffordert, dass die beiden dann praktisch, wenn sie zu Hause sind, miteinander schlafen sollen. Also auch dort spielt dann wieder der Tiger als Raubkatze rein. Vielleicht nach dieser Fremdgehreise, wobei er ja nicht wirklich fremd geht, soll das dann am Ende zeigen, dass jetzt anstelle der Prostituierten seine Ehefrau für ihn zu dieser Raubkatze geworden ist. Aber es hat auch so ganz subtil diesen Dreh, diese Andeutung ins Pädophile. Und ich traue Kubrick, so wie ich ihn einschätze, auch durchaus zu, dass der das bewusst so gemacht hat. Ja, jetzt ist es dann so, dass Bill nicht mit ihr schläft. Es ruft ja auch, wie ich am Anfang der Sendung schon erwähnt habe, dann seine Ehefrau Alice, die ja sowas Wissendes hat. Die hohe Priesterin ruft unmittelbar als die beiden er und die Prostituierte sich küssen dann an und verhindert, dass mehr passiert. Und er zieht dann ab und sucht jetzt seinen Freund Nick Nightingale, weil er, den hatte er auf diesem Ball getroffen, der dem erzählt, dass er in so einem Jazzcafé spielt. Und am Eingangsbereich, wie das bei solchen Jazzcafés manchmal so üblich ist, sind dann solche Fotos von der Band. Jetzt sehen wir auch Nick Nightingale, Nick die Nachtigall und da drüber ein anderer Musiker aus diesem Ensemble, Kip Flemming. Ja, eine kleine und dezente Anspielung an Ian Flemming, den Autor von James Bond, der ja auch nicht nur mit viel okkulten Inhalten zu tun hatte, was man nochmal gesondert behandeln könnte in einer anderen Sendung, sondern eben auch mit dem Geheimdienst und dem Verborgenen. Also dass hier der Name Flemming auftaucht, halte ich auch für keinen Zufall. Übrigens ja auch über dem Foto, man könnte jetzt fast annehmen, dass der Nick Nightingale vielleicht auch der Kip Flemming ist. Und es ist dann so, in diesem Jazzcafé unterhalten die sich dann und Nick erzählt Bill, dass er noch einen ganz besonderen Auftritt hat an diesem Abend um zwei Uhr nachts. Und zwar in so einer elitären Gesellschaft, wo er mit verbundenen Augen spielen muss und wo aber wohl, ja wie er dann das wörtlich sagt, die schärfsten Bräute sind. Denn als er da einmal gespielt hat in der Vergangenheit, es war die Augenbinde verrutscht und er hat ein bisschen was geguckt, gesehen. Und Bill will unbedingt mit und Nick sagt, aber das geht nicht, dann kriege ich riesige Probleme und das ist super elitär. Und er lässt sich dann aber breitschlagen und schreibt Bill das Passwort auf, mit dem man Einlass bekommt. Und das ist Fidelio. Und das ist interessant. Zum einen solche Passwörter, mit denen man Einlass bekommt, gibt es natürlich auch in Freimaurerlogen. Und die wird es auch in anderen okkulten Gruppierungen geben. Das heißt, zur Ritualen, zur Teilnahme brauchst du Passwörter. Fidelio ist auch interessant, weil das hat Kubrick eingeführt. In dem Buch, die Traumnovelle, gibt es natürlich auch ein Passwort in dieser Szene. Da ist das Passwort aber Dänemark. Warum? Weil in dem Buch war der Protagonist mit seiner Frau im Dänemark Urlaub und dort in Dänemark hat sie dann einen Dänen gesehen, mit dem sie dann die Sexualfantasien hat. Da ist es nicht dieser Marineoffizier. Und dann ist dort ausgerechnet das Passwort dann Dänemark. Hier ist es aber Fidelio. Und Fidelio ist eine Oper. Und in dieser Oper geht es interessanterweise um jemanden, der in einem Gefängnis sitzt und eine Frau, die ihn retten will und sich als Mann verkleidet. Und so um Verwechslung und eine Liebesgeschichte, ganz verwickelt. Letzten Endes geht es bei der Oper Fidelio um Maskierung und um eine Maskerade, um Gefangenschaft und auch um Liebe. Also auch um Themen, um die es in dem Film Eyes Wide Shut geht. Also es ist schon sehr interessant, dass jetzt ausgerechnet das das Passwort ist. Und er schreibt es ihm, das ist auch so komisch, hier so auf so eine Servierte. Ja, und ist ja auch sein alter Freund und überreicht ihm das. Mich erinnert das eher an so eine Szene wie in einer Bar, wenn man jemandem so seine Nummer gibt und eine Frau schreibt dann ihre Nummer schnell mal auf so eine Servierte. Auch hier vielleicht so eine subtile Andeutung von irgendeiner homosexuellen Komponente zwischen Nick und Bill. Aber es kann auch sein, dass ich mich da mit diesen Vermutungen jetzt so weit aus dem Fenster lehne. Um jetzt teilnehmen zu können an dieser geheimen Veranstaltung, und ich meine Bill will sich reinschleichen, braucht er ein Kostüm. Und dann sucht er diesen Kostümverleih auf, der ausgerechnet Rainbow, also Regenbogen heißt. Und ja, der Regenbogen ist natürlich auch ein Symbol, welches in Verbindung steht mit Noah und der Arche und den sogenannten noachitischen Gesetzen. Den Gesetzen, praktisch Noah schließt ja einen Bund mit Gott, noch bevor Moses, vor dem mosaischen Bund und dann den Beginn der jüdischen Religion, der aber auch schon an Regeln gebunden ist, an die noachitischen Gesetze. Und manche sagen ja auch, dass praktisch für Nichtjuden, zumindest aus Sicht des Judentums, die Aufforderung gilt, dass Nichtjuden sich, die sollen nicht Juden werden, das geht ja auch nicht unbedingt so, je nach Auslegung, aber nicht im orthodoxen Judentum ohne weiteres. Sie sollen sich aber zumindest an die noachitischen Gesetze handeln. Und manche, ich sag mal so, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Leute aus der Alternativszene gehen ja auch so weit, zu sagen oder zu vermuten, dass das auch so Teil der NWO, der New World Order ist, dass die noachitischen Gesetze für uns alle langfristig gelten sollen. Und das möchte ich hier an dieser Stelle nur erwähnen, ohne näher darauf einzugehen oder es zu bewerten. Aber auch das spielt natürlich jetzt hier rein, dass er sich ausgerechnet dort beim Regenbogenverleih dieses Kostüm holt. Im Originalbuch, in der Traumnovelle ist es übrigens ein Mönchskostüm. Und da kommt es dann in diesem Geschäft zu einer ganz grotesken Szene. Also der Kostümverleiher im Film ist ein Russe. Ja, typisch für amerikanische Filme. Der Russe wird ja oft, wenn er nicht wie bei Rocky irgendwie eine athletische Kampfmaschine ist, wird er dargestellt wie so ein leicht verrückter, kauziger, exzentrischer Typ. Irgendwie so eine überzeichnete Figur. Und Kubrick ist viel zu intelligent und viel zu tiefgründig, um jetzt einfach so einen Russen so klischeehaft darzustellen. Das tut er zwar im Film, aber sicherlich selbstironisch, sicherlich so zu verstehen, dass er das typische Hollywood-Klischee des durchgeknallten Russen aufgreift und ihn so zeigt. Und der steht noch extra nachts auf und lässt sich dafür extra bezahlen, dass er dem Nick jetzt ein Kostüm raussucht und entdeckt dann in Flagranti in seinem Laden seine junge Tochter mit zwei Japanern, die da scheinbar Sex haben. Das ist eine ganz groteske Szene, weil diese japanischen Männer, hier sehen wir einen von denen, die sind auch noch geschminkt. Und die sind geschminkt eigentlich wie eine Geisha. Also wie eine, ja gut, eine Geisha ist jetzt nicht direkt nur eine Freudensname, ich weiß nicht, eine japanische Kortisane, Geishas haben ja in der japanischen Kultur viele Funktionen gehabt, aber sicherlich auch die der Prostituierten. Und diese Männer sind jetzt so geschminkt, als wären sie eine Geisha. Gleichzeitig sind sie aber die Freier, die jetzt die sich offensichtlich prostituierende Tochter da besuchen. Es ist eine ganz groteske Szene, die uns da gezeigt wird. Bill erhält dann letzten Endes das Kostüm und lässt sich mit einem Taxi dann zu dieser Veranstaltung fahren. Und er weiß natürlich noch nicht, wie lange er dort bleiben wird. Er weiß ja nicht, ob er auffliegen wird, was ihn dort genau erwartet, ob er reinkommt überhaupt. Und deshalb möchte er, dass der Taxifahrer dort auf ihn wartet. Und um den zu überreden, zerreißt er seinen Geldschein, ich weiß jetzt gar nicht wie hoch, ob es 100 Dollar sind oder so, und gibt dem Taxifahrer eine Hälfte und eine Behälter und verspricht ihm, dass er ihm diese zweite Hälfte dann gibt, wenn er wiederkommt. Und das ist auch in vielerlei Hinsicht interessant. Das ist ja total unüblich. Stellt euch das mal vor, wir würden irgendwo im Taxi sitzen, wollen, dass der Taxifahrer bleibt und zerreißen dann da erstmal einen 100-Euro-Schein. Da wird ja jeder denken, wir haben nicht alle Latten am Zaun. Er macht das aber und dieser Taxifahrer lässt sich darauf ein, auch nicht sehr realistisch. Nur, was bedeutet das? Weil Bill ist ja auch selbst der Dollar Bill. Und im gewissen Sinne symbolisch zerreißt er jetzt sich selbst. Oder seine Selbstzerrissenheit kommt zu einem Abschluss. Denn er ahnt natürlich, dass die Veranstaltung, die er jetzt besucht, vielleicht nicht nur Orgie ist, aber dass es da schon um Sex geht, dass es was Sexuelles ist. Entscheidet er sich jetzt fürs Fremdgehen? Vollendet er die Zerrissenheit? Zum anderen gibt es ja auch die Geschichte mit dem Begriff des Symbols. Das Symbol kommt vom griechischen Symbolon. Und da gab es Steine, die man zerbrochen hat. Da hatte jetzt jeder irgendwie eine Hälfte dieses Steins. Das nannte man dann Symbolon und damit konnte man sich erkennen. Also ich hätte jetzt vielleicht so eine Hälfte und gebe die andere Hälfte einem Freund, der in einer fremden Stadt das wieder einem Dritten gibt, der mir irgendeine Botschaft überbringen soll, den ich nicht kenne. Und wenn der mich dann besucht und ich kenne den nicht, der hat aber diesen Stein, dann habe ich die andere Hälfte, die kann man zusammenführen und dann feststellen, okay, wie so ein Code, wir gehören zusammen. Auch das spielt hier mit rein. Also auch eine kurze, aber bedeutsame Szene. Hier sehen wir jetzt auch so eine kurze Einstellung. Da wird dann der Name des Veranstaltungsortes für diese exquisite Gesellschaft gezeigt, Summerton. Und Summerton ist in Großbritannien so ein Allerweltsname. Da gibt es verschiedene Orte, die so heißen. In Australien gab es mal einen Fall, der sogenannte Summerton Man. Da wurde jemand am Strand gefunden, der sich nicht mehr daran erinnern konnte, wer er war und der dann verstarb. Offensichtlich an einer Vergiftung, ganz mysteriöser Kriminalfall. Ob Kubrick daran anspielt, sei mal dahingestellt. Jedenfalls, das ist auch ganz interessant, sieht man hier dann das Schloss und was er dafür benutzt hat. Und das ist das Manmore Towers, nennt sich das. Und das ist so ein Herrenhaus, was die Familie Rothschild hat bauen lassen. Und das hat er als Drehort benutzt, zumindest für die Außenaufnahmen. Die Innenaufnahmen zeigen dann wiederum ein anderes Schloss. Interessanterweise. Aber es ist schon beachtlich, dass er hier ausgerechnet ein Rothschild-Schloss gewählt hat. Hier sehen wir dann jetzt, wie er eingelassen wird durch dieses Portal. Diese ja schon mystisch wirkende Tür. Auch interessant, weil ja bei Ritualen, richtigen Ritualen oder auch Freimaurerlogen gibt es natürlich immer den Wachhabenden, der die Initianten oder Ritualteilnehmer hereinlässt. Man öffnet nicht selber die Pforte in die spirituelle Welt, wenn man so will. Ja, reingekommen, da wird er dann Zeuge dieser Szene. Hier wird so ein Ritual gefeiert mit einer sehr gruseligen Musik. Man sieht dann auch im Hintergrund seinen Freund, den Nick Nightingale, der da mit verbundenen Augen diese Musik spielt, in diesem Ambiente. Ja, für alle Zuschauer, die jetzt vermuten, wow, Kubrick, jetzt zeigt er mal, was die Freimaurer so machen. Nein, Freimaurer-Rituale sehen nicht so aus. Ich habe so auch mal die Befürchtung, dass auch Rituale satanischer Logen nicht genau so aussehen. Das ist natürlich Fantasie. Es deutet irgendetwas an. Mit dem Weihrauchgefäß spielt es ja auch mit einer kirchlichen Symbolik. Aber es ist schon von der Ästhetik her in dem Film beeindruckend umgesetzt, diese ganze Szene. Ja, und was wir hier sehen, ist eine Szene aus einem ganz berühmten Ball. Wir sehen hier den Baron de Rothschild. 1972 hat die Familie Rothschild auf einem französischen Chateau, dem Chateau de Ferrière, einen Surrealistenball abgehalten. Und da war auch Salvador Dalí eingeladen und alle Teilnehmer hatten halt so surreale Kostüme. Und ja, es gibt die Vermutung, dass hinter diesem Ball weit mehr steckte, als jetzt nur das Zelebrieren der Freude am Surrealen, sondern dass es sich letzten Endes auch um so ein Fest der Eliten gehandelt hat, an das Kubrick in dem Film Ice White Shut eben anspielt. Ja, deshalb lässt er auch, oder so ist die Vermutung, diese Orgie, dieser Satans Loge in einem Rothschild-Schloss spielen. Und inwieweit jetzt dieser Surrealistenball 1972 harmlos war oder was das genau war oder ob das rituellen Charakter hat, das kann ich jetzt auch schwer verifizieren. Zumindest ist es so eine Geschichte, die durchs Internet geistert, auf die man immer wieder stößt. Und die Vermutung ist auch naheliegend, dass Kubrick daran anspielt. Ja, hier noch mal Tom Cruise, als Bill Harford mit seiner Maske und die ganzen Masken in Ice White Shut sind venezianische Masken. Auch Venedig ist ja auch bekannt für diesen venezianischen Karneval. Und ich hatte ja schon erwähnt, in der Traumnovelle, der Romanvorlage, spielt die Geschichte auch zur Karnevalszeit. Das greift Kubrick hier, obwohl er die Handlung auf die Weihnachtszeit verlegt hat, im gewissen Maße wieder auf. Hier beginnt dann das Ritual, dass sich dann diese Frauen, die da Ritualteilnehmerinnen sind oder die dann halt den elitären, maskierten Männern gleich dort gefügig sein müssen, dann so rituell küssen und dann zugeteilt werden. Das ist auch alles schon so ein bisschen so eine, ja, vielleicht alterne Sexualfantasie. Ich weiß es nicht. Ist eine ziemlich groteske Szene. Auch einige dieser Masken, hier habe ich mal ein Screenshot gemacht, die man dann da sieht, sehen schon wirklich enorm bedrohlich aus. Es ist etwas Horrorhaftes. Es hat etwas, ja, ganz Beängstigendes. Auch Bill bekommt jetzt also so eine Dame zugeteilt und es ist dann so in der Handlung, dass sie ihn warnt. Sie weiß, dass er da nicht hingehört. Sie hat ihn erkannt, wer auch immer sie ist und sie warnt ihn, dass er sich in großer Gefahr doch befände und dass er schleunigst gehen soll und er wirkt aber nicht so wirklich, so als ob er jetzt Angst hätte und hier wird er dann aber enttarnt. Hier kommt dann dieser merkwürdig ausschauende Herr und fordert ihm auf, ihm zu folgen. Und ja, zuvor sieht er noch hier so allerhand Sex-Szenen auf dieser Orgie und die sind total grotesk. Also die Art und Weise, wie die Leute da miteinander schlafen, sieht alles sehr gestellt und unrealistisch aus, so traumhaft und dann so voyeuristische Gestalten, diese maskierte Männer, die dann zuschauen. Das hat schon eine starke, surreale, beängstigende, erotisch-mystische Wirkung, wenn man das guckt. Also was Kubik hier auch so filmszeneatisch zeigt, ist etwas, was man in keinem anderen Film in vergleichbarer Weise sehen kann. Hier diesen Screenshot fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Da sieht man jetzt diesen Mann, der mit dieser Frau schläft und diese Maske auf hat und den Kopf so nach oben oder zumindest diese Maske so hält. Es gibt eine sehr berühmte Darstellung des ziegenköpfigen Bockes Pan, wie Pan mit einer Ziege schläft. Das ist so eine kleine Skulptur, ich glaube, die wurde sogar in Popée gefunden und meiner Meinung nach ist diese Szene, ihr könnt das ja vielleicht mal googeln, wenn ihr das mal sucht, der Gott Pan, wie der dargestellt wird im Geschlechtsverkehr mit einer Ziege, dann sieht das ähnlich aus wie diese Szene. Also ich glaube, dass Kubrick daran anspielt und das hat ja auch insofern eine Bedeutung, weil Pan dann ja auch das ist, was in der abendländisch-kirchlichen Tradition zum Teufel wird. Hier sehen wir dann so eine Figur, das ist so mutmaßlich der Hohepriester dieser Loge. Nachdem Bill dann enttarnt wird, wird er vor diesen geführt, den auffordert, seine Maske abzunehmen und auch auffordert, sich auszuziehen. Er soll sich dann nackt ausziehen und Bill zieht dann die Maske aus und hat, so habe ich das Gefühl, merkt man das zumindest ab diesem Zeitpunkt dann tatsächlich Angst und wird dann auch hier von diesem gruselig dreinschauenden Mann ermahnt und er fliegt halt auch auf, weil der ihn fragt, wie denn das Passwort für den inneren Bereich heißt. Er hat ja nur das Passwort Fidelio für den Äußeren und kennt aber das für den Inneren nicht. Er blöfft dann und sagt einfach, ja, das ist auch Fidelio, aber in Wahrheit, das stellt sich dann raus, gibt es gar kein Passwort für den inneren Bereich und so überführen sie ihn dann und jetzt ist es so, er soll dann praktisch bestraft werden und hinter ihm erhöht auf seinem Balkon taucht dann diese Dame auf, das ist die Frau, die ihm ja auch am Anfang zugeführt wurde und die sagt dann, stopp, halt, stopp, ich opfere mich für ihn, sozusagen, nehmt mich an seiner Stelle und so wird Bill dann befreit und darf dann gehen, während sie von dieser Figur mit einer Pestmaske weggeführt wird und es bleibt offen, was mit ihr geschieht und auch diese Szene erinnert mich entfernt, entfernt, wie gesagt, an Freimaurerituale, es gibt im alten und angenommenen schottischen Ritus den neunten Grad, ein Grad, der in Deutschland auch selten bearbeitet wird, auch dort gibt es eine Szene, wo jemand bestraft werden soll und dann Logenbrüder praktisch für ihn einspringen, an seiner Stelle die Strafe empfangen wollen. Es ist sehr, sehr mysteriös, inwieweit jetzt Kubrick auch wirklich Freimaurerritualistik kannte, ob er das mit eingearbeitet hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Wechseldialoge, solche Szenen und Kompositionen von Szenen sicherlich auch in anderen Logensystemen und okkulten Orden geben könnte. Für mich wirkte das Ganze, dieser ganze Dialog und wie das aufgebaut war, auf jeden Fall eigentlich wie eine Logeninitiation. Nicht explizit freimaurerischer Art, aber vielleicht andeutungsweise. Hier sehen wir dann nochmal so eine Darstellung, habe ich mal rausgesucht, von so einem Pestarzt und die haben halt diesen langen Schnabel, vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum. Die Pestkranken und auch die Sterbenden, die haben natürlich enorm gestunken und diese Ärzte hatten dann in diesen Schneewellen allerhand wohlriechender Kräuter, sodass sie dann, wenn sie dort dann gearbeitet haben, nicht diesen schrecklichen Gestank ungefiltert ertragen mussten. Aber es ist natürlich ein Symbol der Pestarzt auch für den Tod. Naja, Bill hat dann also, ich gehe mal weiter, ich springe ein bisschen durch die Handlung, mache es mal schnell etwas zügiger. Bill hat dann diese Episode überstanden, überlebt mit dieser Orgie, ist ganz verstört und er wird dann am Folgetag auf der Straße beschattet. Und da ist dieser komische, glatzköpfige, gruselige Mann, der ihn beschattet und der erinnert mich entfernt, so in seiner Optik, an den hier, an Kojak. Ich weiß nicht, wer von euch alte Serien kennt, ich glaube Kojak ist eine 70er Jahre Serie, das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob er Detektiv oder Detektiv ist in New York, der Verbrecher jagt, aber das ist so das Klischee, so dieses glatzköpfigen Schnüfflers, wenn man so will. Es gibt auch aus James Bond, aus den älteren Bond-Filmen, diesen bösewichtiger Blomfeld heißt er, der wird auch so mit Glatze dargestellt. Ich glaube, dass Kubrick hier auf jeden Fall in dieser kleinen Szene bewusst an solche Figuren anspielt, die mit etwas Bedrohlichem assoziiert werden oder eben mit etwas Ermittelndem, so wie so ein Detektiv. Das ist auch interessant, Bill besucht dann so ein Café und man sieht hier die Schmetterlinge an der Wand. Auch nur eine kleine Einstellung, geht ganz schnell vorüber, aber es ist natürlich der Schmetterling ein Symbol der Metamorphose und es gibt ja in den verschiedenen, es gibt ja Disneyland, Disney World und da gibt es immer so ein Restaurant oder so ein Club, das nennt sich Club 33 in diesen Disney-Anlagen, also Club 33 mit Sicherheit auch eine freimaurerische Anspielung an den 33. Grad und da habe ich auch schon Fotos gesehen, das zur Innenausstattung auch manchmal gehört, dass sie dort auch so Schmetterlinge an der Wand haben als Symbol der Metamorphose und im Falle von Disney ist natürlich ist jetzt auch wieder ein Riesenfass, dass ich jetzt nicht in dieser Sendung aufmachen möchte, aber da schwingt auch das Pädophile ein wenig mit. Also es ist auf jeden Fall sicherlich nicht zufällig, dass hier jetzt Schmetterlinge zu sehen sind, weil ja auch Bill eine Metamorphose in diesem Film durchläuft. Das ist auch toll. Dann setzt er sich hin, hat ja eine Zeitung unter den Armen gehabt und liest jetzt die Zeitung und was steht auf der Titelseite? Lucky to be alive. Hier kann man das ein bisschen erkennen, also glücklich am Leben zu sein und das ist natürlich eine Fake-Zeitung, die die für diesen Film irgendwie gemacht haben und spiegelt vielleicht wieder, wie er sich fühlt. Er hat ja gerade diese Episode auf dieser satanischen Orgie überlebt, wurde da ja nicht umgebracht oder dergleichen durfte er gehen, weil sich diese Dame geopfert hat und jetzt liest er in dieser Zeitung, dass sich ein junges Model mit einer Drogenüberdosis umgebracht hat und in einem Hotel gefunden wurde und er vermutet, das könnte wohl diese Dame sein, die sich im Ritual dort für ihn geopfert hat und besucht dann das Krankenhaus, wo die liegen soll, gibt sich dort als Arzt aus, tut so, als wäre er ihr behandelnder Arzt und so gelangt dann der Pathologie und lässt sich da ihre Leiche zeigen und er, man glaubt auf jeden Fall, dass es diese Frau ist im Ritual, es bleibt ein bisschen offen, weil die Dame im Ritual ja maskiert war, ob sie das jetzt wirklich ist, aber er ist zumindest total schockiert, er bekommt es mit der Angst zu tun, er merkt, dass er nicht einfach nur auf irgendeiner Sexparty war, sondern dass da tatsächlich was ganz Bedrohliches mitschwingt, dass da Leute sind, die keinen Spaß machen, um das mal so zu sagen und er besucht jetzt seinen Freund Viktor beziehungsweise besagter Viktor, der ja auch sein Patient ist, wo er auch am Anfang auf dem Ball war, lässt ihn zu sich rufen und Viktor eröffnet ihm dann, dass er auch auf dieser Veranstaltung war, dass er also auch einer dieser Maskierten gewesen ist und er bahnt Bill so nach dem Motto, was haben sie sich dabei gedacht, wie konnten sie nur, wie blöd so, wenn sie wüssten, mit wem sie es zu tun haben, das sind richtige Eliten, er wird aber keine Namen nennen, ja und Bill ist total schockiert und fragt, was mit diesem Mädchen passiert ist, die Tote aus der Pathologie und auch sein Freund Nick Nightingale, weil, das habe ich jetzt übersprungen, Bill versucht dann noch den Nick Nightingale und dessen Hotel aufzusuchen, der hat ihn ja schließlich da eingeschleust und erfährt dann von dem Concierge oder so dem Mann da am Empfang, der übrigens im Film als Homosexueller dargestellt wird, auch vielleicht wieder so eine kleine Anspielung an irgendwie verborgene Gelüste oder so, also der versucht so ein bisschen mit dem Bill zu flirten, das ist eine merkwürdige Szene, müsst ihr euch mal anschauen, na jedenfalls erfährt er dann von dem, dass der Nick Nightingale in der Nacht da auftauchte mit einem blauen Auge und von drei düster dreinschauenden Gestalten begleitet wurde und jetzt konfrontiert Bill hier den Victor damit und vermutet natürlich das Schlimmste und Victor versichert ihm jetzt, dass dem Bill nichts passiert ist, er hat zwar ein blaues Auge davongetragen, dass er sich das geleistet hat, da jemanden einzuschleusen, aber der wurde ins Flugzeug gesetzt und befindet sich schon auf dem Rückweg zu seiner Familie, den im anderen US-Bundesstaat lebt und Victor gibt dann zu, dass die Verstorbene in der Pathologie die Dame aus dem Ritual ist, sagt aber, alles war super, die haben dann eine Orgie gefeiert, das Mädel ist danach glücklich nach Hause gefahren, alles war gut und dort und dort hat sie dann halt eine Drogenüberdosis zu sich genommen und ist daran verstorben und es bleibt offen, was jetzt eigentlich wirklich passiert ist, Bill vermutet natürlich, dass dort oder zumindest klingt das so an, ja, dass dort eine mächtige Gruppierung am Werk ist, die wahrscheinlich seinen Freund Nick Nightingale beseitigt hat, die auch dieses Mädchen, diese junge Frau, rituell wohl getötet hat, Victor hingegen versichert ihm, das wäre eigentlich nur eine Art Orgie gewesen, allen Beteiligten geht es gut, das waren alles Callgirls, die halt bezahlt wurden und der Film klärt das nicht so wirklich auf, aber damit spielt ja auch Kubrick, weil er uns natürlich auch zeigt, so uns als Normalbürgern, natürlich wissen wir davon, dass es solche Kreise gibt, dass sehr reiche, mächtige Kreise irgendwelche bizarren Orgien feiern, ich glaube, davon kann man ausgehen, aber wir wissen halt auch nicht, was jetzt wirklich im Detail dort passiert und selbst dann, wenn wir dort Mäuschen spielen, wie Bill das gemacht hat oder Mäuschen spielen würden, bleibt ganz vieles offen und fraglich, so eine hundertprozentig eindeutige Aufklärung findet nicht statt, es bleibt eine Grauzone der Erkenntnis dessen, was wir normalen Menschen so mitbekommen können, wir können es nur erahnen und genau so ist es auch hier im Film, aber natürlich geht die geht tendenziell schon in die Richtung, dass dort eine mörderische oder wirklich düstere Gruppierung am Werk war und ja Bill, dann gibt es noch so eine Szene, dass Bill nach Hause kommt, nachdem er das alles durchstanden hat und er hat auch schon sein Kostüm mittlerweile zurückgebracht zu diesem Kostümverleih Rainbow, hatte aber die Maske nicht mehr, er glaubte, die hätte er dann wohl dort bei der Orgie verloren und dann kommt er nach Hause und diese Maske liegt auf seinem Schlafplatz neben seiner Frau und jetzt weiß man nicht, also er hat sie natürlich nicht dort vergessen, ist dort jemand eingebrochen, hat die dort als Warnung platziert, ist aber auch ein bisschen komisch, dass die Frau da nicht aufwacht oder es Einbruchsspuren gibt, hat sie diese Maske gefunden und dorthin gelegt nach dem Motto, guck mal, ich habe dich beim Fremdgehen erwischt, was ist da eigentlich gelaufen und das, es ist wahrscheinlich natürlich ein symbolisches Bild, er wird noch mal mit seiner Maske, seiner Gesellschaftsmaske konfrontiert muss sich dem stellen, er bricht dann im Film, in dieser Szene Tränen aus, die beiden umarmen sich, lieben sich noch, Happy End könnte man sagen, naja und dann kommen wir zu dieser Szene, die allerletzte Schlussszene, wo sie dann wohl so Weihnachtsgeschenk oder irgendwas noch kaufen in diesem Spielzeuggeschäft und jetzt sehen wir Nicole Kidman mit diesen Kuscheltiertigern, wie zuvor die Prostituierte, wenn ihr euch erinnert, also spielt Kubrick ja mit dieser Raubkatzen-Symbolik und der verführerischen Frau und einerseits aber dann auch wieder diesem kindlichen, als pädophile Erinnernden, ist sehr vielschichtig, also ganz schlau, 100% schlau wird man aus dem Film nicht und das ist halt auch so, wie ich es am Anfang gesagt habe, der Film hat eine Gesamtwirkung, wenn man jetzt diese Einzelelemente sich anschaut und ihn seziert, wie ich das heute gemacht habe, wird man dem Film nicht wirklich gerecht und doch, es ist total interessant und spannend, das einmal zu tun. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat diese kleine Reise durch diesen geheimnisvollen Film gefallen, ich hoffe, euch hat diese Sendung Spaß gemacht, ihr konntet neue Erkenntnisse gewinnen, seht den Film mit anderen Augen als zuvor oder wenn ihr ihn noch nicht kanntet, schaut ihn euch dann an, vergleicht ihn mit meinen Gedanken, kommt zur eigenen Schlussfolgerung, vielleicht fallen euch auch noch ganz viele Dinge auf, die ich nicht gesehen habe. Wie gesagt, man könnte über diesen Film wahrscheinlich 10 Sendungen drehen, ich habe mir aber nur vorgenommen, eine zu drehen, ich hoffe, ich habe das Wichtigste und das Wesentliche irgendwie rausgearbeitet, manchmal war es etwas sprunghaft, ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, es war wirklich nicht einfach, diesen Film zu verstehen und zu analysieren, vor allem, weil man ihn auch auf verschiedenen Ebenen verstehen kann, er ist halt vielschichtig und diese Ebenen verschwimmen, das macht das Besondere des Films aus und zusammenfassend kann man noch mal sagen, es geht auf einer Ebene um eine Gesellschaftskritik, eine Kritik an Arm und Reich oder beziehungsweise nur an Reich, an wohlhabenden Kreisen, die sich sexuell ausleben oder in Exzessen ausleben, zum anderen hat er so eine Ebene, geht es um Psychoanalyse, um Triebwünsche, um die Vorstellung der bürgerlichen Ehe und den verbotenen Regungen des Es, der Lust und dann gibt es so eine Ebene, da geht es ums Okkulte, da geht es um Einweihung, um einen zu einer Metamorphose führenden Prozess letztlich des Protagonisten Bill Harford, der widerwillens letztlich eine Initiation erlebt, er wird ja bei dieser Orgie dann rausgeschmissen, enttarnt und rausgeschmissen und auf den ersten Blick könnte man ja meinen, der ist da aufgefallen und wird entfernt, aber ich deute das an, dass ich denke, das ist alles eine Initiationshaltung, ich glaube, wir haben eher in dem Film gesehen, wie er in etwas initiiert wird und danach dazugehört, ob ihm das selbst so klar ist oder nicht, es findet vielleicht auch auf einer symbolischen oder totalen mystischen Ebene statt, es ist wie gesagt vielschichtig, mir hat es Spaß gemacht das Ganze zu analysieren, aber es war auch etwas schwierig, weil der Film nicht linear verläuft und deshalb kann man es auch alles nicht wirklich linear erzählen, aber liebe Freunde, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich verspreche euch auch, es werden noch weitere Filmanalysen auf euch warten, es gibt da einen speziellen Film, den ich noch im Hinterkopf habe, den ihr sicherlich alle kennt, aber gerade nicht an ihn denken, ich werde jetzt auch den Titel nicht sagen gemeint wie ich bin, aber den werde ich auch in der nächsten Zeit nochmal analysieren, in dem Sinne liebe Freunde, ciao und bis bald! TUNE TUNE TUNE